Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, jetzt gibt's jetzt nicht, jetzt war das dritte Mal, dass ich an dem scheiß Auto sterbe, Alter. Hey Freunde, Fix hier ganz kurz von diesem Video, denn ich möchte euch was mitteilen. Es gibt endlich wieder eine Verlosung hier auf meinem Channel und zwar 1000 V-Bucks heute in diesem Video. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist dem Video einen Daumen nach oben dalassen und wenn ihr jetzt gleich zu Hause seid oder wenn ihr gerade zu Hause seid und am PC oder an der Playstation seid, müsst ihr kurz in den Fortnite-Item-Shop gehen, mich unten rechts bei Unterstütze einen Creator eintragen und dort Fix eingeben. Ja, dann schreibt ihr einen Kommentar mit Hashtag Creator und am besten euren Instagram-Namen oder euren Twitter-Namen dazu und dann könnt ihr schon 1000 V-Bucks gewinnen. Ja, vielen, vielen Dank an jenen, der mich als Creator supportet. Es wird jetzt mehrere Gewinnspiele geben, also abonnieren lohnt sich und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Creative Mode zusammen mit Snogs. Was geht? Leute, wir zocken heute den Creative Mode und zwar eine Map, die von Epic Games vorgeschlagen worden ist. Und zwar ist es so eine Art Lawinen-Map, würde ich mal sagen und die schaut richtig nice aus. Leute, ich zeig's euch direkt mal hier und zwar muss man versuchen, da hochzulaufen und irgendwo da oben ist ein Ende. Was machst du? Und es fliegen halt die ganze Zeit Autos auf einem zu und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich mir ja den lieben Snogs geschnappt und wir machen so ein kleines Battle, würde ich sagen. Wir machen so ein kleines Battle um 100 Euro. 100 Euro? Alter ey! Leute, der Verlierer muss dem anderen 100 Euro geben und wer halt weiterkommt. Und ich würde sagen, wir machen einfach so ein Zeitlimit von 20 Minuten oder so bis 3 Stunden 30. Schauen wir mal, wie weit er kommt. Vielleicht machen wir ein bisschen länger. Aber bis 3 Stunden 30, wer weiterkommt. Ich zieh dich ab. Bist du ready? Ich bin ready, okay. Okay. Also wer weiterkommt ist quasi. Wer weiter hochkommt. Also die Wetter, okay. Man kann ja irgendwie, ich weiß nicht, wie wir's machen. Wenn du irgendwie weit oben bist, musst du es kurz sagen, damit ich mal schauen kann, wo du bist. Ja. Okay, 3, 2, 1, los! Okay, wir sehen uns! Okay. Oh mein Gott. Leute, übrigens, ich habe die Map bei Oleg schon gesehen. Liebe Grüße gehen raus an ihn. Und oh mein Gott! Alter, ich bin so hart runtergebounced. Was ist mit den Autos los? Lauf! Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Man kriegt auch so viel Wärmung. Nein! Alter! Die ist ja richtig hart, Mann! Okay, okay, ich habe Lauf, ich habe Lauf. Leute, falls ihr noch andere geile Maps kennt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Am besten mit Code. Und dann werden wir die auf jeden Fall auch mal zocken. Ich schreibe euch... Oh mein Gott! Ich schreibe... Alter, diese scheiß Autos. Ich schreibe euch den Code von Lisa Map hier auch in die Kommentare. Alter, ich schaffe gerade gar nichts. Ich bin schon wieder tot. Okay. Oh mein Gott. Man muss halt einfach... hochspringen, ne? Oh mein Gott! Diese Autos, Alter! Weißt du, woran mich das erinnert? Woran? Kennst du diese Fernsehserie Takekis Castle? Oh ja, Mann, Alter! Nein! Nein, nein, nein! Ich habe immer diese riesige Felsbrocken runtergehofft, daran erinnert mich das. Nein! Alter! Oh mein Gott, diese Map ist richtig hart, Leute. Wo bist du, Chris? Ich laufe hoch. Nein! Alter! Ich nehme dich einfach als Schutzschild. Oh, scheiße! Wie wir beide weggeboxt worden sind. Alter, das gibt es nicht. Ich schaffe gerade diesen Sprung nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Dieses Ausweichen ist ja doch echt verdammt schwer. Okay, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Nein, ich rutsche wieder runter. Ich finde es halt fett. Oh, nice. Oh mein Gott. Oh mein... Alter, ich war die ganze... Ich war die ganze Zeit einfach weggeboxt von diesen scheiß Autos, ey. Okay, guck mal, wo ich bin. Warte. Ich bin jetzt in den ersten Checkpoint, jetzt hier gleich. Okay, okay, okay. Ich bin gerade etwas in Sicherheit. Okay. Hoffentlich rutscht du runter. Nein, 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 ich will wieder runterrutschen. Oh mein Gott. Nice, 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 nice. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ich wurde voll vernichtet. Hä? Ich hatte gerade mega lag. Aber egal. Oh, oh. Ja, Mann. Ja, Mann. Chris, ich habe auch Checkpoint. Schaus, siehst du mich? Okay, ich sehe dich. Ja, du hast auch so ein Geschäft. Ich bin nicht mehr gespannt, ob du jetzt weiterkommst. Da bin ich jetzt mit Tieren runtergeflogen. Oh, nice one. Oh nein! Oh mein Gott. Ah! Fuck! Oh mein Gott. Ich wurde gepostet. Schau, wo ich bin. Schau, wo ich bin. Alter, nein. Yes. Ja, nur mit Glück kommt er weiter. Ja, äh, nee, ist gut. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da rein oder? Obendrauf? Komme ich da oben drauf? Oh mein Gott! Leute, dieser Pokor ist so geil. Und was? Ich wurde einfach von dem Pokor rausgeboostet. Ich kann eigentlich hier warten, bis die Zeit vorbei ist. Ja, ja, ja. Du kommst eh nicht so weit. Okay, ich versuche es jetzt. Ich glaube, ich gehe da rein erst. Nein! Oh! Okay. Oh mein Gott. Welche willst du ein bisschen den Dreh raus? Ich auch. Vielleicht. Okay, ich bin noch ein bisschen weiter. Nein! Mich hat ein Auto geboxt. Oh, scheiße. Was, als ob ich jetzt wieder runtergeflogen? Nein, nein. Selbst weh bringt nicht immer. Oh mein Gott. Ich habe eine neue Taktik rausgefunden. Oh mein Gott. Richtig gute Taktik. Psch, ey, okay. So funktioniert das nicht. Richtig gute Taktik. Wir sehen uns, Chris. Aber da ging es nicht weiter. Da bin ich nicht weitergekommen. Nein! Hier oben drauf musst du. Da bin ich... Alter, da bin ich gerade immer gescheitert. Ah! Jetzt auch immer ran springt eins hoch, ne? Ja, ich bin... Also dreimal springt quasi... Okay, ich sage... Nein, ich sage dir meinen Trick. Mein Trick ist, ich renne so zwei, drei Schritte aufs Eis und springe dann erst. Weißt du? Oh mein Gott, diese Autos. Was ist hier los, Alter? Okay. Nein, nein, nein. Ja, ich bin höher weiter als du. Hä? Nein! Oh mein Gott, wie unfair. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Checkpoint. Oh mein Gott, ich bin... Nein, nein. Ah, geh weg. Wie du mich... Oh mein Gott, du hast mich richtig sabotiert. Nein! Nein! Oh mein Gott, Chris, du bist so asoziell. Ja, jetzt hätte ich mir das so ausgesucht, wo ich lang fliege, ne? Ja, wie du mich geboxt hast, ey. Ich bin auch wieder runter. Machst du schon auf den zwei oben drauf? Ja. Oben steht? Ah! Ah! Nein! Nein! Grüß, Felix, wir sehen uns! Nein! Nein, 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 nein. Bleib stehen. Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott! Chokrus, wir sehen uns! Nein! Oh Mann, ich bin so ein Trottel, Alter. Ich mache immer den selben Fehler. Und dann rutsche ich runter. Ah! Als ob mich dieses Auto einfach totgeboxt hat. Hallo, Felix. Ich würde mich am liebsten in eins reinsetzen. Ja, ich habe auch schon überlegt, darf man damit zu fahren? Nein! Diesen Sprung hasse ich. Ich bin schon eine Minute an dem gescheitert. Ich auch. Ah, Felix, du! Ja, genau das passiert mir auch immer. Ich kann doch nichts dafür, Alter. Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Nein! Nein! Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist nicht gut. Okay. Ah! Oh mein Gott, ich wurde richtig geboostet. Ich sehe dich nicht. Ich bin auf dem gleichen Hell wie du. Warst du schon mal so? Oh mein Gott! Runter. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ich bin wieder runter. Nein, 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 nein. Oh, ich bin neben dir. Safe. Ah! Wieso rutscht man da so? Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein kleiner Finger tut weh vom Schiff drücken, Alter. Das gibt es nicht. Nein, man darf nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Nein! Ey, das gibt es nicht. Das Auto ist einfach schon wieder in mich rein und mich umgeboxt. Chris, bis jetzt waren wir ja gleich weit, ne? Ja. Danach haben wir keinen Sieger. Da vorne ist eine Tür, habe ich gesehen. Da ist eine Tür. Ja, da ist so eine Boosting-Reihe. Und da ist eine Tür, wo man reinspringen muss. Nur die Sache ist die. Natürlich hinter mich das Auto in dem Moment. Oh! Nein! Ja! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Hallo Felix. Ah! Oh! Ich bin wieder auf dem Ding. Lädst du dich auch so in den Realife rein? Ja. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auch, wenn ihr solche Games zockt, im Realife rein lehnt. Auch wenn man sich so duckt, wenn ich mir so weit zukomme, oder? Ja. Oh. Du kommst hier nicht lang. Geh weg! Ne, so fies bin ich nicht. So, und hier war ich jetzt noch, warte, hier war ich jetzt noch drei Felder weiter. Ich glaube, du auch, oder? Ja, ja. Siehst du da oben diese Boosting? Oh, stimmt. Da kann man rein, oder? Da rechts ist die Tür, ne? Ist das so ein Safe-Room? Ja, da muss man durch, weil du kommst nicht über die Booster drüber. Ah, okay. Und ich war eins vor den Boostern, also. Ah, okay, okay, verstehe. Okay, kannst du mal zur Seite gehen? Ey, du kannst ganz kurz vorgehen. Oh mein Gott. Ja, bist du schon. Ich glaube nicht, dass sie als Safe-Place gedacht sind. Oh mein Gott, ich habe zwei HP, Alter. Mich darf ein Auto nur anhauchen, dann bin ich tot. Oh, flieg bitte drüber! Ich bin wieder runter. Nein! Shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Er schreit jetzt nicht! Er schreit jetzt nicht mal, dass ich an diesem Scheiß-Auto sterbe, Alter! Okay, aber den ersten Part hat ich jetzt so recht easy. Nein! Oh, Chris! Ja. Wir sehen uns! Nein, nicht da hier! Nein! Nein! Tschau! Nein, Spaß! Ich schaue so schnell, wie hoch man kommt. Oh mein Gott! Nein! Nein! Was mache ich jetzt? Verdient! Oh mein Gott! Ha! Gecheatet! Zählt es? Nein! Ach, komm! Ah! Sei doch nicht so, Chris. Lass es zählen. Okay, schau, wo ich bin. Hier war unser weitester Spot, ne? Ja, genau. Oh mein Gott! In diese Tür muss... Oh mein Gott! Oh, ich bin in der Tür drin! Okay, es zählt aber nicht, Chris, okay? Okay. Weil ich gecheatet habe. Ich habe nur mal geguckt. Okay, man muss auf jeden Fall in diese Tür reingehen. Ich lasse mich mal sterben. Und dann kommst du über diese Boosts drüber. Okay, ich bin voll konzentriert, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum sind wir gleichzeitig für das? Ich weiß nicht. Okay, du. Du hast vor. Ah! Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott! Yes! Ich habe direkt gesippt. Okay. Meine Chance. Yes, 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 yes. Easy, easy. Oh, ich muss kurz diese Welle überleben. Nein, 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 nein. Nein, ich wurde runtergepauset von einem. Ja. Oh mein Gott! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Okay, jetzt muss ich in die Tür. Ja! Ich bin in der Tür, Chris! Ja! Oh, noch drei Minuten haben wir gesagt, ne? Oh, fuck. Okay. Okay. Wo muss ich weiter? Wo muss ich weiter? Ich muss dort hoch. Und dann? Ah, und dann? Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! So weit war ich noch nie! Fix mich ein Auto untergekommen sind. Yes! Oh mein Gott, so weit war ich noch nie! Oh! Schau, wo ich bin! Warte, warte, warte. Ich respawn in einer Sekunde. Oh mein Gott, da war irgendwo eine Trap. Alter, bist du in der Tür? Ich glaube, ich muss. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin richtig weit oben. Chris, ich hab's gleich geschafft. Nein! 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 Du bist wieder runter. Oh. Aber ich kann mich retten. Oh mein Gott, ich war fast ganz oben. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, Chris! Ich hab's geschafft! Ja, okay. Ja, die, die, die. Wuuuuh! Alter Schwede! Fuck, ey, da hab ich gesagt, dass du das gewonnen hast. Oh, der Leute, wo? Auf meinen Atten! Scheiße, ey! Okay, aber Ehre, Mann, ey, ja. Du kommst zu mir. Oh. Alter. Leute! Ich würde sagen, wenn euch dieser Deathrun-Lawine-Run gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei Snogs vorbei. Und schreibt in die Kommentare weitere Deathruns oder solche Fun- Dinger, vielleicht habt ihr auch selber was gebaut. Schreibt's auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich mach hier erstmal Mobi auf. Und alter! Hat das Bock gemacht, Leute! Ja, das war richtig geil. Richtig nice, Leute. Falls ihr noch nicht mich als Supporter-Creator eingetragen habt, tragt mich gerne ein. Ich würde mich sehr freuen. Und Chris. Ich komme! Nein, weil ich mir gestorben bin. Ich komme! Oh mein Gott, ich renne! Komm, spring! Komm, du so. Ha! Ha! Bis dann! Tschüss! 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 Vielen Dank.